Musik Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihre Moderatoren des Deutschen Handelspreises 2021. Da sind wir wieder. Die heutige Veranstaltung ist für die tolle Leistung des Einzelhandels in den letzten 18 Monaten. Das, was Sie geleistet haben, war auch immer für uns ein großes Thema. Das Gesicht des Handels geht an Anja Döring. Wenn Sie die Kunden jeden Tag so begrüßen, dann kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Wir schauen, welche wirklich erfolgreichen, tollen, außergewöhnlichen Konzepte gibt es denn im Handel. Der Deutsche Handelspreis 2021 geht an Wahl, das Männermodehaus. Und ich möchte mich bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Familien, Kunde, Lieferanten, alle bedanken. Fräulein. Mode und Wohnen. Machen es wie wollen, nur krasser. Pottery. Im ersten Lockdown haben wir unsere Präsenz in den sozialen Medien gestärkt. Man hat wirklich daran auch nochmal gesehen, wie kreativ man sein kann, dass Mut am Ende dann sich doch meistens auszahlt. Der Handelspreis in der Kategorie Lebenswert geht in diesem Jahr an Albrecht Hornbach. Also ich nehme ihm sehr gerne entgegen und deswegen sage ich stellvertretend für die 25.000 Hornbacher Danke. Albrecht Hornbach, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.